Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4 Runde 3 für heute und Max hat eine Challenge angesetzt. Wo gibt's den? Ach das war ernst gemeint. Hast du doch gesagt. Ja dann. Wo hast du den hingemacht? Wo gibt's den? Äh bei Hauptwaffen und dann müsste der unter Aha. Ach da. Karabiner. Ja Max möchte Bogenschießen. Von Woll? Naja. Ey Moment. Hä? Wo ist der? Man kann immer nur einen Pfeil mitnehmen? Gott. Was nimmt man da? Äh am besten ist da glaube der ganz normale Pfeil oder? Ach kann sein. Also ich hab den Breitkopf immer drin. Weil der vom Nahen her am besten taugt. So dann hauen wir doch eine echt krasse Tarnung drauf. Ja was nehmen wir denn da? Verschiedenes. Oh pfff. Was weiß ich. Der ist ganz, die ist ganz schön hier. Da ist einfach irgendwas Mattes hier so. Mattes. Haha. Haha. So und wo gehen wir da hin? Ach ich hasse den Bogen. Max ich hasse dich jetzt schon. Ich mich wo? Hoffentlich weißt du das. Da kommt ein Panzer. Toll. Wieso hab ich kein Fadenkreuz? Weil du kein Fadenkreuz hast. Erstmal nur zielst glaube ich wenn du ein Pfeil anvisierst mit linker Maus hast du dann kriegst ein Fadenkreuz. Oder überhaupt nicht und du musst mit rechter Maustaste. Nein du kriegst. Nee. Ist gar kein Fadenkreuz mehr mit dem Ding. Du hattest früher hattest immer eins. Achso ich dachte ich muss den Bogen aufziehen. Jetzt habe ich schon zwei Pfeile ins Nirvana geschossen. Rechte Maustaste ziehst du dann spannst du den Bogen nur. Oh Gott. Oh Gott. Oh ich hab ihn. Headshot. Geil. Max ich komme. Oben auf dem Dach. Danke. Hinter uns ne. Sniper. Wieder oben vom Dach. Zwei Mann stehen da oben. Hab ihn angeschossen. Hilfe zählt als Kill. Jawoll. Alter. Oh jetzt heißt es Flagge holen. Ich werd schon wieder beschossen. Ich spawne und werd beschossen. Oh den nächsten. Und da hab ich dezent drüber geschossen. Scheiße. Den hätte ich erwischt Mann. Kacke. Ich seh noch nicht mal Gegner. Ich seh anscheinend zu viele. E wird eingenommen. Hab ich da Lust drauf. Hi. Hi. Komm wir rennen wieder zu C. Oder da draußen. Da ist auch einer. Adi. Adi. Aber da rennt schon einer hin. Leg doch den scheiß Pfeil ein. Schmoch Mann Alter. Wurde von dem Level 7 mal gekillt. Das ist deprimierend. Warum hast du das nicht früher gesagt? Ich hab doch gesagt dass ich tot bin. Echt? Oh fuck. Hinter dir. Wo ist der hin? Absolut keine Ahnung. Fuck der rennt weg. Wo ist die Pistole regeln? Da hier schießt noch irgendwo einer. Hinter uns. Aua. 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 Was schießt denn da auf mich? Okay Max du wirst gerätzt. Irgendwas schießt auf mich. Ich weiß nicht was. Oh ich bin im Bunker. Okay. So da bin ich. Oh Alter. Die Artillerie. Das ist nicht lustig. Das ist ein dreckiger BMP. Hat jemand so ein Hitler-Kartner als Bild? Der Typ der in der Artillerie sitzt. Das ist schon wieder. Oh da kommen Gegner Max. Den habe ich. Ich mache irgendwie nur Kills mit der Pistole. Der war doch dicke drauf. Nein. Von hinten. Einer mit der Autos. Nein. 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 Zwei. Okay. Boom. Action. Oh Gott. Oh Gott. Rechts. Rechts. Oh Gott. Ich schieße dich vorbei. Ja. Ich habe ihn vorbei. Was soll denn das? Ja. Hilfe bei Kill. So sieht es aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Von wo? Oben. Oben. Dach. Alter. Aua. Das hat mir getan. Ja. Das hat Aua gemacht. Aber richtig. Das war die Artillerie, oder? Hinter uns. Da. Ey. Was? Ich war drauf. Oder zählt der Pfeil nicht mehr, wenn man abschießt und dann stirbt und dann trifft der Pfeil als die Gegner? Ist es dem möglich? Ich schieße gerade im Liegen und irgendwie schieße der nur im Dreck, obwohl ich freie Mäp-Sicht habe. Du kannst schon neue Mäp wählen hier. Neue Mäp? Was hätte ich denn gerne? Ja, da oben im Chat so weh. Wies ich nicht. Ja, J, ähm, Slash 5 war doch ganz cool. So. Oh. Ich drücke mal die linke Maustaste. Ach, jetzt. Okay. Ich glaube, so 700 Tickets lang wird oben echt anstrengend, oder? Oh, Headshot. Alter. Den gesehen. Ja, ja. Das ist noch einer. Wisst ihr, da warte ich, bis er still hält, dann bleibt er still, da kommt der Panzer angerollt. Ja, ja. Ich hab nämlich auch gerade drauf gewartet. Mann, jetzt schieb ich so einen blöden Baum vor mir her. Ich seh nix. So, jetzt. Ich hab nur noch 24 Leben, wie da es ist. Oh, bist du? Hier. Hier. Jetzt geht's los. Jetzt. Oh, fuck. So. Ey, dann hab ich den erst nicht gesehen. Vor allem, ich hab das Gefühl, dann zieh ich zur Seite und schieß genau in seine Richtung, aber treff den nicht. Ist irgendwie lächerlich. Der guckt die ganze Zeit jetzt auf die Treppe da. Da waren es oft, den hol ich gern. Kann sein Gekämpfer da auch nix bringen. Ist der weg? Keine Ahnung, wo das ist. Wo ist der hin? Mann, du. Er ist hier oben durch wahrscheinlich. So, so, so. Wo denn? Absolut keine Ahnung, wo ihr euch seid. Oben wahrscheinlich. Ja. Ich hab den grad aus nächster Nähe mit nem Bogen angeschossen. Die sehen, ne? Aber zum Glück ne Pistole, ne? Hier sind überall Gegner, aber irgendwie auch nicht. Aber irgendwie auch nicht, Max. Ich hab's schon wieder gemacht. Warum drück ich immer einfach linke Maustaste? Oh Gott, da kommt der Panzer. Oh, 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 oh. Wollte Shia LaBaf retzen, aber... Shia LaBaf? Ja, so heißt du nicht. Äh, der nicht. Mann, du. Hier ist zu viel los. Wie viel... Das sind 64 Mann-Server und wir versuchen mit nem Bogen zu spielen. Ach, Mann. Magst du jetzt mich wenigstens retzen können, ja? Moment. Jetzt doch zu... Achso, Moment. Was heißt denn Moment? Jetzt, wenn du mich noch retzen kannst. Warst du das Fahrzeug nur getroffen mit 2C4? Willst du mich verarschen? Ey, brauchst du das nicht mal drei oder so? Keine Ahnung. Ich bin tot. Kommt doch drauf an, von wo, ne? So, jetzt lächerlich hier. Jetzt nehm ich ne Waffe hier mit Bogen zu spielen. Bogen ist ne Waffe. Oh, nur die falsche. Wer kam denn auf diese Bullshit-Idee? Ganz ehrlich. Du, du Vollpfosten. Hättest mich davon nicht abhalten können. Ey, jetzt sitzt da einer in der Ecke und schimmelt sich das Leben. Das kritisierst du auch alles, was ich mache, ja? Und jetzt... Kein Medic. Mann. Kein Medic. Mann, keiner retzt mich. Gut, ich bin grad auch nicht der Retzer vorm Herrn, aber... Willst du mal ein bisschen sozial kompetent zeigen hier? Jetzt packen wir mal das Ding wieder aus. Dass man mal... Also man muss doch mal zeigen, dass man bereit dazu ist mal, den Defibrillator auszuholen. Auch wenn du mal nur einen Kill damit machst. Das ist doch in Ordnung. Aber die machen ja gar nichts. Die haben den wahrscheinlich nicht mal dabei. Nö, wieso auch? Nö, du sowieso nicht. Ich hab... Du am besten zwei Granatwerfer, ne? Natürlich. Hilfe bei Kill. Ist klar. Ja. Hab ich dich schon wieder mit dem Bogen angeschossen. Was ist das? Gut, dass ich den überhaupt getroffen hab, war ein Wunder, aber... Ich schieß da mit dem MG rein. Und keiner von denen stirbt. Die stehen quasi alle auf dem Haufen. Oh Gott, das war scheiße. Nennen dies lächerlich. Lächerlich ist das Wort der Wahl. Lol. Nein. Ach komm, was soll denn das? Oh Gott, das war grad waghalsig. Grad mal mit zwei Schuss... Äh, in einem Schuss auf den Gegner zugerannt. 1,8. Reifeleistung. 1,8. Komm mir vor, als ob ich noch nie in meinem Leben Battlefield gespielt hab. Es ist sechs Monate her, dass du Battlefield gespielt hast. Mann. Das ist ehrlich so, dass der Pfeil nicht mehr weiterfliegt, sobald du gekillt wirst. Das ist doch lächerlich. Was war das denn? Ich bin explodiert, Max, nach dem Ritz. Keine Ahnung. Ich werd grad beschlossen. Ich kann grad echt nicht. Spawn bei dir, Max. Schieß nicht auf die Leute, wenn ich bei dir spawnen will, Max. Dann kommen die noch. Ich hab doch einen Schall hier oben. Lass mal schön warten, ob der sich noch bewegt und dann das schießen. Moment, die stehen da oben. Da oben? Auf dem Dach, die stehen hier quasi überall. Oh Gott. Scheiße. Ach, das ist doch Bullshit. Ich frag mich grad echt, wo die ganzen Gegner herkommen. Die sind doch fast ausgeglichen. Die haben einen mehr. Alter, was ist denn hier los? Was macht meine Flasche für die Geräusche? Beiß dich mal zusammen. Hallo, wir sind hier in der Aufnahmeflasche. Ruhe. So, das war's jetzt mit dem Bogen. Freut euch alle, dass wir einen Bogen gespielt haben. Und jetzt spielen wir was anderes. Ich weiß mal noch nicht was. C wird reingenommen, komm. Auf zu C. Ja, welche Waffe spiel ich jetzt, Max? Wiss ich nicht. Ich nehm jetzt die M416 wieder. Ist doch langweilig. Muss durchprobiert werden hier. Ja, dann mit der MBT Lore genau auf mich drauf. Level 3 ist nicht zu verzeihen. Auch mit deinem Level nicht, mein Freund. Medic! Achso, Max ist wieder in der Wallerei hier. So, dafür klaue ich dir jetzt den Kill. Alter, willst du mich verarschen? Du bist so, du bist so elend. Kleines, dummes. Oh, wir fallen gerade keine jugendfreien Wörter ein. Es ist... Ich werde beschossen. Von hinten? Nicht hinter uns? Von überall. Du bist wieder ganz woanders. Von überall. Oh. Der Feind ist nah. Obacht. Mit der DAO 140. Auf die Entfernung? Was? Ein Schuss? Das sind wieder hier diese... Äh... Ich bin Level 140 Boosts. What the fuck? What the fuck? Au, au, au. Ach, natürlich nicht, Max. Nein, wie denn? Bayern, nichts anderes zu erwarten. Nee, ist gut. Ich steh. Ich, alter. Merkt mir das. Shaya ist mein neuer Freund. Ja, geh doch. Er heißt zwar nur Shaya, aber Shaya passt besser. Weil... Shaya? He just do it! Was denn? Nein, auch Philipp. Hättest du nicht mal ne Sekunde länger oben bleiben können. Warum? Hättest du mal Kugelfang spielen können. Warum kann ich dich kratzen? Ja, fick dich doch. Doch, jetzt leh, stehst du. Ja, Max, so bin ich. 20 Leben, warte. Da unten müssten noch mehr sein. Ja, du... Dein Balken war fast alle und ich bin vorher die Treppe runtergefallen. Oh, hier oben ist er. Was ist denn der jetzt? Der ist tot. Den hab ich grad erschossen. Kannst du da hinten durch das Gitter nicht richtig durchschießen? Alter, was? Liegt da irgendwo tot in der Röhre? Der liegt da noch bei den Pressen. Der hat den auch medik. AC E23. Ist da irgendwo tot in der Röhre? Feind! Viel Feind! Viel Feind? Viel Air, du weißt doch. Nee, aber ich nicht viel bescheuert. Hm, naja, darüber lässt sie hochstreiten, aber. Wo denn? Wo siehst du denn hier Feind? Er krüppelt hier überall irgendwo rum. Da ist eine Granate geflogen. Wo? Mann, ich... Nee, schon wieder. Oh Gott, da kommt ein Panzer. Geil! Und wieder runter. Also irgendwie bringt der Granatwerfer gegen das Ding nichts. Kann das sein? Nicht viel. Mhm, ich seh schon. Das war verdammt effektiv. Ach, Mann. Ich wollte doch in Deckung rennen. Da sitzt einer auf der roten Röhre drauf. Jetzt liegt er. Polar Master. Ich seh nicht. Das schimmelt wie sein Käse, den er verkauft. Schei, dafür wirst du auch wieder auf ihn gestellt. Heldentaten werden halt belohnt. Max. Mhm. Belohnung ist, dass ich dich nicht eigenhändig erschießen lasse. Ja, mal wieder, ne? Der wollte schon wieder da campen. So nicht, mein Freund. Der ist mir auch cool. Er ist eingenommen vom Gegner. Und der guckt aber in die komplett andere Richtung. Und steht da irgendwo mit mir. Ach, Alter. Wieso schießt der Heli eigentlich auf mich? Genau. Genau. Er hat uns beide gekillt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt ist es vorbei. Spaß beiseite jetzt hier. Jetzt holt er die Igler raus. Ja. Jetzt ist es vorbei. Jawohl. Jetzt ist Schicht im Schacht hier. Das, nee. Irgendwann ist gut. Ich spaw mir bei dem Heini hier im Heli. Und dann springe ich heldenhaft raus. Nachdem er gegen den Baum geflogen ist. Und dann krieg ich einen Schuss von der Magna, äh, von der Diegel und bin tot. Das ist so, so schlecht grad schon wieder. Und der fliegt einfach weg. Ach, Mann. Wie kann man so ein schlechter Heli-Pilot sein? Noch in unserem Team. Sag nicht, das ist Scheuer. Nee. Utumari. Jetzt kommt von diesen asiatischen Anime-Namen. Dass sie so scheiße sind. So, wo ist jetzt, wo ist der blöde Heli? Jetzt gibt's auf die Fresse. Und dann bin ich einfach irgendwo gespawnt. Der Typ dreht sich einfach instant um und gibt mir noch einen Schuss mit der Diegel mit. Obwohl neben dem grad der Heli am explodieren ist. Das hab ich... Jetzt ist der Heli weg. Ja. Das ist unerhört. Ja. Da versuch grad ein Sniper auf mich zu schießen. Jetzt hat das gerafft. Nach einem zehnten Schuss oder so hat er mich getroffen. Auhohoho. Ich bin Level 117, Bob. Ist klar. Alter. Von wo schießen die denn überall? Warum du auf mich? Schieß doch mal auf jemand anders. Oh nee. Ich renne eigentlich schon wieder in die falsche Richtung. Ich renne zu Utumari. Da oben hockt irgendwo einer. Wollen wir erst mal den Leuten hier helfen? So. Alter. Nee, Max. Sterben kannst du morgen noch. Pass auf. Da hockt noch einer. Ist tot. Oh, ich werd gerätzt. Na klar. Hab ich doch gesagt. Sterben kannst du morgen. Ich kann nicht wissen, dass du mir da rennst. So macht das ein Teamkamerad, Max. Oh, hab ich. Obacht, hier oben ist noch einer. Ja, der schießt gerade auf mich. Ich suche ihn gerade. Wo ist er hin? Jetzt hat mich die... Oh, schon wieder der Hitler-Artillerie-Fatzke... Alter. Mit der P90 und 88 im Namen. Guck dir mal das Bild von dem an. Der hat da so ein schwarzes Manny-Kicken und jetzt zwei Knarren schießen auf seinen Kopf. Und da spritzt Blut raus. Das ist... Das ist schon wieder... Das tut weh im Kopf. Das ist... Nee, das ist schon nicht mehr lustig. Philipp, ich find sowas nicht schön. Bin runtergefallen. Die Artillerie geht mir echt auf den Sack. Hab ich dir schon mal gesagt? So bist du. Was mach ich denn hier schon wieder für eine Scheiße? Warum mach ich mal... Die Artillerie. So, jetzt reicht's. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Rachel's Blutwurst. Was? Jetzt wollte ich gerade Heil Hitler sagen. What the fuck? Du hast es auch gerade gesagt. Ja, Mann. Ich hab den Typen gesehen. Und... Das sollte jetzt gerade sein Name sein, ja? Sein Name ist Heil Hitler. Wo ist denn hier... Ah, nee, Z4 hat der Sniper jetzt immer dabei, ne? Nee, ich hab's als Versorger. Achso. Und dann mal ran. Jetzt hab ich dich auch Versorger. Das wollte ich doch gar nicht. Ich hab doch gerade, glaube ich, die Standardklasse als... Ich hab doch alles da. Ich hab ein Airburst. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerwagen. Genau westlich seiner aktuellen Stellung. Der fährt weg. Gurt ist down. So. Ich hab voll die falsche Waffe jetzt. Nein, geil. Oh Gott. Helikopter. Flucht! Nach vorn. Wir nehmen E ein. Zu E. E ist immer gut. Ja. Das ist doch... Ich komm hier nicht hoch. Es ist immer dasselbe in Battlefield. Philipp, ich komm hier nicht hoch. Räuberleiter. Bist du jetzt hier hochgekommen? Alter, ich bin außen rumgegangen. Voll aus. Die Waffe ist doch zum Kotzen. Ähm... Ja, Alter. D-A-O ist nicht dein Ernst. Doch, ist es. Ist dein Ernst. Dein voller Ernst. Oh. Oh, oh, oh. No. Der Gegner. Ich dachte, das ist unser Mann. Ha. Falsch gedacht. Stimmt. Unsere Leute retten nicht. Außer Shaya. Shaya ist gut. Shaya ist ein guter Mann. Er hatte immer den Defi an. Danke. Goethe würde stolz auf ihn sein. Ich weiß. Das war wieder reine Po-Easy. Ja. Eigentlich würde ich mich jetzt gerne an den Affen da unten rächen. Aber dann hat er die DAO und schießt einfach damit zweimal auf mich. Ich bin tot und dann rege ich mich nur unnötig auf. Oder ich laufe... Jetzt laufe ich trotzdem intuitiv dahin. Und dann kommt einfach ein BMP auf mich zu. Ist der weg? Oh, ist einfach vorbeigerollt. Okay, jetzt wird der Feind von hinten... Einfach mal... Oh Gott, jetzt kommt. Ja, Philipp. Applaus. Töte den ersten und schieß einfach alles daneben. Dann retzt er den wieder. Magic Willi 99. Ah ne, Will heißt er nur. Ist mir egal. Ach so, ich hab den Heli mal aus dem Verkehr gezogen. Er wird sich freuen, Max. Wieso hat der als Sniper... Sniper. Ich schieß auf ihn. Ich treff ihn. Ich krieg Hitmarker. Und ein Mengen. Gibt's da nicht irgendwie so Unterdrückung mit einer Weile oder sowas? C das überhaupt nichts mehr? AK-5C. Ne, Unterdrückung mit AK-5C? Ja. Nö. Kann man ja wohl mal verlangen, oder? Nur so mit MGs und Sniper hast du, glaube ich, Unterdrückung. Ist natürlich völlig egal, wenn du mit irgendwas auf... Mit einer Waffe auf jemanden schießt. Das juckt ein Sniper gar nicht, genau. Hä, da ist die Ruhe in Person dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon wieder Stress. Merkst schon wieder, wie der Stresspegel steigt. Steht auch hier genau neben dem Explosionsfass. Wer baut den hier... Alter, da sind zwei Mann und der ist wieder mit der Shotgun da. Ich kotze ab. Ich krieg die Krätze. Einfach mal in die Luftmesser. Das ist die Pest hier. Sein Pro-Status zu zeigen. Oh, das war ja einer von mir. Okay. Oh. Ey, wie viel Schnipper gibt's denn hier? Die Schneiber. Verlieren wir gerade? Nö, wir gewinnen. Okay. Wir gewinnen. Links von dir, Max. So, jetzt ist alles tot. Alles tot. Sehr gut. Dein Team hat gewonnen. Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken und bei meinen Freunden. Außer bei Max. Ja, kann ich verstehen. Weil... Warte. Der... Also... Ich will... Ich weiß nicht, wie ich's ausdrücken soll. Aber... Einen schlechteren Team... Spinner. Ganz ehrlich. Absoluter Arsch. Bei Rivens interessieren eh keinen. Hier Statistik interessiert auch keinen. Puff. 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 Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Toll. Ciao. Ciao. Ciao.